Wir starten mit dem ersten Bundesland und das ist kein geringeres als Hamburg. Jetzt ist Fairness MC hier, er tritt an für Hamburg. Herzlich Willkommen. Herzlich Willkommen. Du trittst an mit deinem eigenen Projekt, nicht mit Deichkind. Beschreib das mal, was das musikalisch ist. Ja, es ist ein Pottpüree aus allen Genres, die ich liebe. Die wurden auf mein Album verbraten. Das heißt, du singst auch? Ja, mehr schlecht als recht vielleicht für den einen oder anderen. Aber ich finde es sehr genial. Was sind so deine musikalischen Einflüsse? Was sind die Heroes deiner Juden? Ja, Skid Row, The Ramones, Beastie Boys auf jeden Fall. Beastie Boys auf jeden Fall. Könnt ihr Beastie Boys? Hier, komm, wir machen mal Fight for a Ride to Party, oder? Kannst du einen Text? Ich versuch das mal. Ich versuch das mal. Deine Musik, die du machst, du machst ja mit einer Band, das ist sehr, sehr, sehr metal-lastig, so ein bisschen. Na ja, Metal nicht, eher rockig. Okay. Altherrenrock. Altherrenrock? Ja, nein. Doch. Na, geht doch. Das ist ja alles so anstrengend. Machst echt gut. Ich kann noch einen Backup-Rapper gebrauchen. Du kannst noch einen Backup-Rapper gebrauchen. Ich mag lieber die softe Version. You gotta fight for your ride to party. Okay, Achtung, Achtung, Sked-Solo. Sked-Solo. Hey, komm, geh nicht mehr. Aber schon, du bist schon so ein Bitose an der Gitarre. Das finde ich auch. Also ich wünsche dir viel Glück beim Bundesvision Song Contest. Ja, danke dir. Und Ferris MC tritt an für ... Rett im Vero! Dö, 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 dö. Applaus!